Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Medieval 2. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir hatten glaube ich Krieg gegen Polen, die damals versucht haben Prag zu erobern, also vor ein paar Runden. Und jetzt wollten wir glaube ich auf Magdeburg marschieren, sehe ich hier oben gerade. Ja mein Kreis. Dass der Barbarossa eigentlich einen Feldzug versprochen hat gegen die Normanen, hat das aber nicht gehalten. Und das pannte der Papst nicht so gut. Und darauf folgend gab es dann wieder ordentlich Zank zwischen den beiden und es kam sogar zu kämpfen. Und das war aber nicht der einzige, mit dem sich Barbarossa Reibereien hatte. Nämlich auch mit den Italienern und mit Bizanz. Mit Bizanz gab es ein bisschen Ärger, aber vor allem mit den Italienern gab es viel Ärger. Denn der Kaiser wollte eigentlich seine Macht in Italien ausbauen. Und vor allen Dingen Mailand hier hat sich dagegen gewehrt. Und hat sich eben dagegen gewehrt. Und das ging eine ganz schöne lange Zeit zu, bis sie sich gestritten haben. Also man sieht, Barbarossa hatte einiges an Reibereien mit anderen Staaten, kann man sagen. Oder mit dem Papst. Und historisch gesehen eher Richtung Italien. Und wir sind aber gerade Richtung Osten an Gange. Ich will auch nicht zu weit einmarschieren. Ich werde denke, ich werde Magdeburg vielleicht mit den Stettin schnappen, so ein bisschen. Und dann werde ich einfach versuchen, den Polen einen Friedensvertrag zu unterbreiten. Und vielleicht kann ich denen auch Stettin anbieten, dass sie mit mir wieder Frieden haben. Denn wir haben ja eigentlich das Ziel, den und wie gesagt Mailand auszurotten. Und das werden wir auch tun. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Osten. Denn wenn... Die Ungarn haben wir, mit denen haben wir ja auch noch Krieg. Die wollten ja auch keinen Frieden. Wenn die Ungarn und die Polen uns den Krieg erklären, dann lassen wir das nicht auf uns sitzen. Und ähm... Wir werden jetzt dort einfach mal angreifen. So, Runde beenden würde ich sagen. Wie viel kriegen wir in der nächsten Runde? 1.600. Nicht so super. Aber ich glaube, wir bauen wir überhaupt hier. Ich glaube, wir waren ein bisschen chronisch pleite. Wie immer. So. Hier sehen wir England. Mit der kleinen Truppe wollen sie Brügge belagern. So, das schaffen glaube ich mal nicht. Hier wird niemand mit uns rechnen, Kaiser. Ein perfekter Hinterhalt. Dänemark. Was wollen die denn? In Hamburg müssen wir Truppen ausbilden. Fällt mir gerade auf. Ach, er zieht sich wieder zurück. Hoffentlich gehen die jetzt nicht auf Hamburg. Weil Hamburg gerade ungeschützt ist. Oder nicht so stark geschützt zumindest. So, da sind wieder die blöden Papstaaten mit ihren komischen Inquisatoren, die keiner braucht. So, Rebellen. Wir werden erstmal in Hamburg. Erste, was wir machen, Truppen ausbilden. Genau, das tun sie auch schon. Sehr schön. So. Denn wir brauchen da noch... Ah, vielleicht noch ein paar Reiter stehen. So, ein paar Reiter noch ausbilden. Und... Ihr solltet euch ja wahrscheinlich mit der Armee hier treffen. Wir haben Ballisten. Aber wir warten bei noch ein paar Ramböcke. Belagern wir mal. So. Eine Runde noch, dann sind die auch hinzugefügt. Das passt. Beziehung verschlechtert Mailand. Sehr schwach, okay. Feindlichkeit beendet Ägypten, Mailand. Okay, also der Feldzug schallt wirklich... Ist der Kreuzzug eigentlich noch aktiv? Kreuzzug bereits gestaltet. Der ist noch aktiv. Wann wird der eigentlich mal beendet? Oder als... Kein Erfolg gewertet. Denn historisch gesehen sind wir jetzt schon hinterm zweiten Kreuzzug. Und hier läuft eigentlich noch der erste. Seit Jahren, Jahrzehnten läuft der schon. Und irgendwie passiert nichts. So, Runde beenden. Oder habe ich jetzt was vergessen, was ich machen wollte? Ich glaube nicht. Irgendwer ist gerade gestorben. Mailand greift an. Auf Bern. Okay. Jetzt wird es echt spannend, weil jetzt viele, viele, viele angreifen. Handelsrechte mit Schottland. Das machen wir sogar. Bündnis machen wir nicht, weil wir ja mit den Engländern ein Bündnis haben. Und ich denke, die Engländer und Schotten werden sich nicht gut verstehen. Das weiß ich aber nicht. Ägypten, Dänemark und Norddänemark. Nichts erst mal. Aber Mailand kraft ist eigentlich auch ganz praktisch. Ah, die Dänen kommen doch ziemlich nah. Greifen die Dänen uns auch noch an. So. Wir haben hier leider auch keine Truppen, weil ich nicht mit einem Angriff gerechnet habe. Und auch vor allem kein Geld haben wir. Wie immer. So. Soll ich mal die Mailander ein bisschen unter Druck setzen? Das ist echt gefährlich, dass die Mailander jetzt den Krieg erklärt. Haben wir hier irgendwo einen Diplomaten? Nein, haben wir nicht. Den brauche ich nämlich jetzt gleich mal. Priester. Kann ich hier keinen Diplomaten irgendwo bauen? Warum nicht? Irgendwo hier einen Diplomaten rumstehen, den ich nicht brauche. Den vielleicht hier. Diplomaten. Sehr schön. Guck mal bitte runter nach Venedig. Ich brauche Venedig als Bündnispartner gegen Mailand. Ich brauche hier unten. Der Maschid hier runter. Den brauche ich hier unten. Komm hier runter. So, da sollst du hin. Ach. Ach, komm. So. Geht für Sölden haben wir leider auch nicht. Wir haben noch eine kleine Armee. Was haben die denn hier drinnen in ihrer Armee? Eine Einheit. Lächerlich. Warum greifen die mich dann an? So, wir wollten hier das hinzufügen. Ja, mein Kaiser. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Nein, du sollst... Belagern sie, Kaiser. Oh, Mann. Wird es Zeit, die Mauern zu stürmen, Kaiser? Wir sollten die gar nicht belagern. Kaiser. Jawohl. Nähern uns den Feinden des Reiches. Ja, mein Kaiser. Ist egal. So, dann greife ich jetzt hier an. Bebele, Kaiser. Ja, Kaiser. Zieh in die Schlacht. Guck mal, was wir hier hatten. Die Armee belagert weiter, Kaiser. Polnische Edelmänner, Waldbewohner und Sperrträger. Das dürfen wir doch schaffen mit unserer Armee. Das müsste gehen. Siedlung angreifen. 1 zu 1, Tatsache. 1 zu 170 zu... Boah. Das werden wir so sicher schaffen. Auch wenn die Gegner vielleicht stark ausgebildet, vielleicht auch stark fortgebildet sind. Glaube ich nicht, dass die Gegner so stark sind, dass die auch noch eine Chance haben, uns zu schwächen. Also ein paar Einheiten werden wir wahrscheinlich opfern, aber wir werden das schaffen. Im tiefsten Winter Magdeburg belagern. Schön. Will der General noch was sagen? Gucken wir mal, ob der noch was Interessantes sagt. Glaubst du, wenn man dasselbe ist? So, so. Das ist also der Feind. Nun, würde ein aufrechter Deutscher sich derart beschmutzen, wohl kaum zeigen wir Ihnen, wie man das macht. War das alles an der Zählung? Gut. Auch kein Mann der vielen Worte, unsere General hier. Ach, der ist gar kein General. Das ist ein Hauptmann. Ach, jetzt habe ich, glaube ich, den Rest automatisch kämpfen lassen. Ist aber egal. Eigentlich das Problem. So. Das schaffen wir auch so, denke ich. So. Kommt mir bitte alle nach vorne. Ihr bitte nach vorne positionieren. Ich steht viel zu weit hinten. Zack. Zack. Ballisten. Und meiner... Die ein bisschen weiter nach hinten direkt. Und mein General dahinter. So. Dann können wir die Schlacht starten. Dann gehen wir mal aufs Tor. Und ihr bitte auch aufs Tor schießen. Zack. Und ihr könnt eigentlich mal fallen lassen, erst mal. Kommt mal hier hinzu. So. Schießt der auch mal? So. Feuer. Bam. Bisher noch nicht getroffen scheinbar. 7% Schaden. Das ist schön. Und einige Bauern sterben natürlich auch dadurch. Durch den Pfeilhagel. so langsam hinterher marschieren, würde ich gleich schon mal sagen. Ja. Langsam bitte. Ihr müsst nicht rennen. Warum rennen die? Gehen. So. Zu schnell. Zu schnell würdet ihr gar nicht haben. So. So. Bleibt das mal stehen. Stopp. Ach, ihr seid stoppen. Stopp, bitte. Er brennt. Scheiße. Okay. Jetzt freu ich den zweiten Rambock. Wo haben wir den? Ja, steht da vorne. Ist ärgerlich, dass er brennt. Zack. Ihr seid bitte rennen dabei. Wie haben sie denn bisher? Schaden. 27%. Und. Nunfalls kann ich auch die Ballisten, das kann ich eigentlich auch machen, die Ballisten machen lassen, ehrlich gesagt. Und. Einen Moment Pause, bitte. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Unser Angriff auf Magdeburg geht weiter. Wie stehen die da immer noch doof rum? Hallo, ihr würdet den anderen Rambock nehmen. Was ist denn jetzt? Ach nee, ich stehe ja gar nicht doof rum. Das sah irgendwie gerade so aus. Gut, stimmt. Das ist schlau, dass man zurückzieht. Aber nicht vor die Ballisten. Manchmal ist die eigene KI doch etwas doof in dem Spiel. Da, stimmt. Da ist sie schon bei Dings schon besser teilweise, weil wir haben schon sehr viele Truppen dadurch verloren, dass wir einfach nur beschossen werden. Ich warte jetzt einfach hoffentlich auf die Balliste, dass die das durchhauen. Wie haben wir? Sehen wir nicht, wie die kaputt hier sind. Ihr feuert doch hoffentlich noch. Was ist eigentlich mit unserer Armee da hinten, die da noch rumstehen? Die bleiben noch sinnlos stehen. Ach, die haben wir sogar. Ich wusste es gar nicht. So. Dann kommt ihr beide mal mit. Hierher, alle her marschiert. Wir haben beide, wie viel Schaden. Wie viel Schaden ist auf dem... Das sehe ich nicht. Gut. Nächster Ramme. Gucken, ob die ankommt. 47%. Okay. Polnische Tore. Historisch gesehen auch korrekt, dass wir jetzt nicht von Magdeburg einnehmen, weil Magdeburg damals auch Teil des Reiches war. Aber haben wir uns von der Fall nicht drum gekümmert. Aber da die Polen uns jetzt ja angreifen, angegriffen haben, können wir die Chance noch nutzen und Magdeburg mal einnehmen. 67% Schaden. Das gefällt mir. Gucken wir mal, was der andere sagt. 0% Schaden. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Boom. 80%. Das sind gleich schon durch. Gut. Los. Hinterher. 94%. Ich glaube, die Ramme brauche ich gleich für dich mehr. Falls das nervt, sagt Bescheid. Aber ich mag die Musik. Und jetzt noch einmal die Ramme. Sehr schön. Dann können die Ballisten einmal stoppen zu schießen. Ballisten stoppen. Und ihr rein in die Stadt. Schnell bitte. Und ihr könnt auch schon mal rein in die Stadt. Ich muss die jetzt nicht sehen. Ich weiß, wo die sind. So. Zack, zack. Rein in die Stadt. Und ihr bitte alle darauf. Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen. Zack. Turm. Schließ mal auf den Turm da hinten. Empfehler ausgeführt, mein Herr. Zack. Ja, ich komme bitte auch mit hierhin. So, ich schieb die einfach hinterher. Warte mal. Ne, ich schieb mich auf die da hinten. Und zwar, ich renne bitte. So. Zack, 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 zack. So. Ihr könnt laufen, wenn ihr wollt. Das werde ich nämlich nachher auch brauchen. So. Was ist mit den Pferden eigentlich? Kommen die von hinten? Ja, kommen sie. So. Könnt ihr jetzt bitte auch mal angreifen, ja? Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark. Und der Feind wird besiegt werden. So. Schaden 0. Bisher haben sie gar keinen Schaden auf den Dings gemacht. Und die kommen hinterher. Dann haben wir doch Verstärkung. Weil das wird hier doch knapper als gedacht. Vor allen Dingen, weil die Schlacht zu lange dauert. Aber meine Reiter kommen nicht durch. Das liegt an. Wir lassen die auch nicht durch. So, bitte darauf. Und ihr bitte auch darauf. Und ihr bitte alle hier drauf. Zack, zack, darauf, zack, darauf. So. Könnten wir die jetzt endlich mal besiegen? Das kann doch nicht wahr sein. Meine Kavallerie kommt auch nicht durch. Ja, genau. Jetzt greitet er einfach durch. Dann auf die Edelmänner da hinten. Zack. So. Der Gegnerische General ist gefallen. Das gefällt mir. Sehr schön. Oh, da, da. Das war gleich endlich mal am Markt überkommen. Aber ich glaube, das dürfte jetzt doch noch klappen. Haben die auch noch hinter? Wir haben noch ordentlich die Hälfte verloren, oder? Geführt. Sehr schön. Schlacht beenden. Ich glaube, wir müssen die gar nicht mehr ausrotten. Die sterben, weil wir in der Sturz sind. Aber wir müssen bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Aber wir sehen hier, wir haben nur 99 getötet und wir haben 269 getötet. Das kamen wir auch wirklich so vor. Wir haben wirklich viele, viele Männer verloren. So. So. So.